hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel 8 Ball Pool ich werde erst mal starten ich habe das gestern schon gespielt also mein Account habe ich auch gefunden also ich glaube allerdings hier habe ich das noch nicht also bei Red Dog Gamble habe ich glaube ich doch nicht einnehmen und er wieder aha okay Herausforderung ich 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 überall Videos angucken gut schauen wir mal nach Clubs, sind wir ein Club, nein sind wir nicht wir drehen einfach ein Club bei Untertitelung des ZDF für's Faktor Oh, was mache ich hier gerade? Oh, was mache ich hier? Ja, hier geht's. Sydney meine Kölz Standard alles kaufen Spiel in London da war ich schon drin Level 35 muss man hier alles durchklicken? Ich weiß es nicht ich mache es einfach da waren wir gerade schon noch keine Kiste All in? Nee Dann spielen wir jetzt einmal Pool Ich fange an Dann machen wir so So Und volle Karacho Oh ich habe die 8 eingelocht Deswegen spiele ich nicht All in Ach wenn dann anfängt die 8 einlochen Dann wird sie zurückgestellt Wusste ich gar nicht Oh Ach was bin ich denn da? Gut Bist du ? Bist du Bist du Bist du Das war's für heute. Ok. Schön mit Gefühl. Oh. was mache ich da es steht 30 für mich es gibt alles es ist Ich habe es nicht mehr verletzt, dass ich es nicht mehr verletzt habe. Machen wir doch einfach den hier so hin, so, packen den da rein, grün machen wir da in der Mitte rein Ach, der ist gar nicht meiner, dann noch der gelbe, der rote und der braune Kommt er vorbei? Ich glaube nicht Oh Oh Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nein, das kann doch nicht sein. Ich brauche eine Lineal dafür. Das, jetzt gibt alles. Oder was sage ich jetzt? Viel Glück. 15 Sekunden warten. So, das ist Preisgeld 100. Gehen wir mal nach Sydney. Okay, der Gegner ist dran. Das waren die meisten Leute immer von dieser Ecke. Ich mache jetzt so einmal voll die 8-Tech-Schießen. Oh, ich bin die 8-Ballerei gegangen. Oh, schon Schweißausbrüche wieder gehabt. Die Lilane stößt die Grüne an. Und die Grüne wird eingelocht. Ein bisschen mehr Schwung. Okay, doch nicht. Der locht den da unten ein. Das war's für heute. Das war's für heute. So, ich habe jetzt. Ich habe jetzt. Ich habe jetzt. Ich habe jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. Jetzt lacht er den roten und den braun. Oh, der kommt nicht hin. Ah, der braun hat auch reingeloggt durch den Umweg, aber er hat es geschafft. Hm, ein 8 kommt da jetzt nicht. Okay. Okay. Oh, schade. Zu wenig. Jetzt hat er gewonnen. Nicht einen eingeloggt. Was ist da drinne? 150 Grad. Wow, ein Köl habe ich bekommen. Geld, das regnet Geld. Das ist mein Köl, Stufe 2. Okay. Ich hatte doch noch einen. Ach, die 3 habe ich. Oh, das ist nicht gut für mich. 200 haben wir verloren. 100 haben wir gewonnen. Dann bleiben wir noch bei Cunata. Oh, schade. Ich habe voll Erdteil. Dann machen wir einmal hier um rechts den Drill nach hinten. Und, zack. Ah, wie immer. Oh, der braun, der liegt doch gut auf einer Linie. Oh, er hat für mich eine eingeloggt. Der ist aber nett. Oh, er darf trotzdem weiterspielen, obwohl er eine von mir eingeloggt hat. So müsste es passen, glaube ich. Nein, passt es nicht. Nein. Ich habe einen Knick in der Optik. Ich habe einen Knick in der Optik. Ich mache jetzt auch noch volle Brudel. Ah. Mama Mia. Ich habe einen Knick in der Optik. Ach, wo willst du hin? Hm. 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 Das war's für heute. Oh. Jawohl, ich habe gewonnen. Gut gemacht. Ich muss noch vier Kugeln einlochen. Acht Stunden? Boah. Alter Verwalter. Wie viel Geld habe ich denn? 11.000. Da könnte ich mitmachen. Dann wäre... Nein, doch. Dann wäre fast mein ganzes Geld weg. Pro werden. So. Ich will nochmal Sydney. Mein Gegner ist dran. Volle Pulle. Volle Pulle. Keiner. Nicht ein einziger. Ich habe schon wieder Valle. Ich habe wieder Volle. Hätte ich ein bisschen doller gespielt. Mist. Lach die Acht ein. Schade. Schade. Ich habe wieder. Ich habe wieder. Jetzt Estávah. Ich habe wieder. Ich habe wieder. Schade. Ich habe wieder. Ich habe wieder. Oh, dankeschön. 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 Und getan. Was ist mit der Gilde? Wie viel sind da online? Wie viel sind da online? Aus Indonesien ist auch einer hier. Da. Indonesien. Und da auch ganz oben. Oh, noch einer. Na gut. Ist er ein Freund? Okay. Mohammed ist ein Freund. Sonst keiner hier. Gut, gut, gut. Das war's denn für heute. Dann werde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Dicke, dicke. Und auf Wiedersehen. Tschüss.